Tipp 15. Baue Eselsbrücken. Eselsbrücken nutzen die Fähigkeit deines Gedächtnisses, übereinprägsame Bilder, Wortverbindungen, Merksätze oder Reime Lernstoff besser zu behalten. Weißt du eigentlich, warum solche Merkhilfen Eselsbrücken genannt werden? Esel sind sehr wasserscheu und weigern sich beharrlich, auch nur durch kleinste Wasserläufe zu warten. Deshalb wurden ihnen früher an Bach- und Flussläufen kleine Brücken gebaut, die sogenannten Eselsbrücken. Da eine solche Eselsbrücke trotz eines kleinen Umwegs letztendlich doch schneller oder einfacher zum Ziel führt, können die Gedächtnishilfen nun ebenfalls Eselsbrücken genannt werden. Mit einem kleinen zusätzlichen Aufwand, einem einprägsamen Bild, einer Wortverknüpfung, einem Merksatz oder einem Merkspruch kommst du auch hier schneller und einfacher zum Ziel. Denn mit Eselsbrücken können viele Informationen sicher und langfristig in deinem Gedächtnis verankert werden. Bilder kann dein Gedächtnis besonders gut behalten. Nutze diese Merkfähigkeit. Ein Stuhl sieht von der Seite aus wie ein Haar. Dieses Bild könnte zum Beispiel deutlich machen, dass Stuhl mit Haar geschrieben wird. Oder beispielsweise heißt Brötchen auf Englisch Roll. Stelle dir dazu einfach ein riesiges Brötchen auf Rollen vor. Eselsbrücke 2 Wortverknüpfungen Die Wortverknüpfungsmethode eignet sich besonders für komplizierte Wörter wie Fremdwörter, Fachbegriffe oder auch schwierige Vokabeln. Dabei wird das Wort in seine Bestandteile zerlegt und durch ähnlich geschriebene oder ähnlich klingende Wörter ersetzt. Die neuen Wörter zusammengenommen ergeben schließlich ein Bild oder eine kleine Geschichte. Ein Beispiel. Im Jahr 1783 gelang es den Brüdern Montgolfier, den ersten Heißluftballon zu bauen und auch zu fliegen. So kannst du dir zum Beispiel die Namen der Brüder und das Jahr des Fluges leicht merken. Zwei Brüder wollen mit dem Ballon zum Mond fliegen, um dort als Golfer, Golfier, erfolgreich zu sein. Auch für die Jahreszahl 1783 könntest du dir eine Eselsbrücke bauen. Ein 1 Heißluftballon fliegt über Sibirien, klingt wie sieben und kracht, in dem Wort steckt die Acht, gegen einen riesigen Berg. Ein Berg hat die Form eines Dreiecks. Eins, sieben, acht, drei. 1783. Toll, oder? Eselsbrücke 3. Merksätze und Merkreime. Merksätze prägen sich sehr gut ein. Beliebt ist die Technik, aus den Anfangsbuchstaben zu lernender Wörter einen neuen, sinnvollen Satz zu bilden. Diese Technik eignet sich besonders gut beim Auswendiglernen von Reihenfolgen. Die Reihenfolge der Planeten des Sonnensystems von innen nach außen ist Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Der passende Merksatz, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Mein, M, Merkur, Vater, V, Venus, erklärt, E, Erde, mir, M, Mars, jeden, J, Jupiter, Sonntag, S, Saturn, unseren, U, Uranus, Nachthimmel, N, Neptun. Die Reihenfolge der Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg von 1949 bis jetzt ist Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel. Der passende Merksatz, alle ehemaligen Kanzler bringen samstags keine Semmeln mit. Die Reihenfolge der Gitarrenseiten von oben nach unten Der passende Merksatz, ein alter Dinosaurier geht Hühner essen. Ein, E, alter, A, Dinosaurier, D, geht, G, Hühner, H, essen, E. Weitere typische Merksätze und Merkreime sind Nach LNR, das Merkejahr, steht nie TZ und nie CK. Am besten ist es, wenn du nicht nur fremde Merksätze und Merksprüche übernimmst, sondern dir eigene ausdenkst. Eigene Eselsbrücken kannst du dir nämlich am besten merken. Müllismus Müllismus